Herzlich willkommen zurück nach der längeren Mittagspause. Wir sind im Proberaum und hier geht es jetzt gleich weiter mit Tanja Klankert. Sie spricht zu uns über ethische Aspekte von Emotional AI. Tanja Klankert hat Computer, Linguistik, Informatik und Philosophie studiert. Sie programmiert in Kulturwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin und absolviert ein Lehrdiplom in Informatik und Philosophie an der PH Bern. Jetzt übergebe ich gerne das Wort an Tanja Klankert. Also vielen Dank für die Einführung, Eli. Und ich bedanke mich erstmal auch bei der digitalen Gesellschaft dafür, dass ich heute die Möglichkeit habe, über dieses Thema zu sprechen und auch insbesondere bei der Fachgruppe für Automated Decision, Automating Decision Making, mit denen ich mich auch zu diesem Thema austauschen konnte. Warum ist dieses Thema eigentlich interessant oder warum kommt es vermehrt auf? Emotionen galten ja lange Zeit als eine vernachlässigbare Größe oder vielleicht sogar eher als eine Störgröße in der Mensch-Maschine-Kommunikation. Es gibt aber aufgrund der stärkeren Nähe zwischen Mensch und Maschine, dadurch, dass dieses Verhältnis auch immer intimer wird, das Bedürfnis danach, dass Maschinen emotionskompetent werden und dass sie quasi mit quasi emotionalen Qualitäten ausgestattet werden. Ich möchte kurz etwas zu den Begriffen erstmal sagen. Man unterscheidet eigentlich Affekte oder Affektion. Das heißt erstmal, das ist gleichbedeutend vielleicht mit sowas wie Leiblichkeit. Also Affekte, in denen ich affiziert werden kann, wenn mich etwas berührt. Dann Gefühle, Gefühle, wie sich erschöpft fühlen, haben eine bestimmte Qualität und es gibt auch eine Intensität des subjektiven Erlebnisses. Stimmungen sind ungerichtet, sie sind objektlos, eher im Hintergrund. Emotionen sind dagegen auf bestimmte Objekte oder auch Personen gerichtet und haben einen Inhalt, man nennt das Intentionalität. So etwas wie Furcht vor, also sie sind bezogen auf ein bestimmtes Objekt, auf eine bestimmte Person, vor der ich mich fürchte. Sie haben eine Bewertungskomponente, eine Erregungskomponente und eine motivationale Komponente. Und es gibt auch so etwas wie reflexive Emotionen, so wie Scham, also wenn ich mich schäme oder Stolz. Es gibt eigentlich keine einheitliche Auffassung darüber, was überhaupt Emotionen sind. Und ich komme aus der Phänomenologie oder ich würde mich stärker dort verorten. Das sind zum Beispiel auch Philosophen wie Bernhard Waldenfels oder Thomas Fuchs. Emotionen können dort betrachtet werden als affektive Antworten auf bedeutsame Ereignisse, also bedeutsam für eine Person. Und sie haben eine körperliche, also sie rufen eine körperliche Veränderung hervor und haben eben auch eine expressive Komponente. Das heißt, sie sind auch sichtbar, sie werden körperlich ausgedrückt. Und sie motivieren ein bestimmtes Verhalten. Emotionen beziehen sich eben auf das, was für eine Person wertvoll ist, auch was für eine Person bedeutsam ist. Sie haben einen Selbstbezug und einen Weltbezug. Das heißt, sie dienen dazu, eine bestimmte Situation zu erschließen. Und es gibt eine körperliche oder körperlich-psychische Resonanzbeziehung. Das heißt, in diesem Erleben drücke ich ja auch eine bestimmte Emotion aus, vielleicht auch mimisch oder körperlich, gestisch. Und das hat wiederum auch eine Rückkopplung auf mein Erleben. Gleichzeitig gibt es auch eine Resonanzbeziehung zwischen dem Objekt oder zwischen der Umwelt, der Person, die eben diese Emotion bei mir auslöst oder auf die ich antworte. Sie motivieren Emotionen zu bestimmten möglichen Handlungen, also zum Beispiel zu fliehen. Und sie haben eine Funktion, in der sie Orientierung geben, also bestimmte Handlungen, bestimmte Antworten, Vorzeichen. Deswegen sind sie auch wichtig für die Moralphilosophie, weil sie eben auch eine Wertkomponente haben. Was ich noch hervorheben möchte, ist tatsächlich diese Resonanzbeziehung und auch diese Räumlichkeit von Emotionen oder Leiblichkeit. Leiblich heißt also, dass ich wirklich körperlich-psychisch Emotionen verkörpere. Und das ist zum Beispiel, man sieht das ganz gut bei der Angst, also bei der Angst vor einer Schlange etwa, eben auch eine Tendenz habe, eben natürlich weg von etwas oder mich auch hingezogen fühle zu etwas. Wie sieht es jetzt aus, wenn wir Emotionen mit technischen Mitteln erfassen? Und was heißt das überhaupt? Einmal gibt es diesen Effective Computing. Dieser Begriff wurde in einem Paper von Rosalind B. K. 1997 eingeführt. Und dieses Paper symbolisiert eigentlich diesen Beginn, in dem man sich eben mit Affekten in den Neurowissenschaften, der Informatik und so weiter beschäftigt hat. Für Rosalind Piccard, sie sagt, also wir müssen praktisch Maschinen entwickeln, die Emotionen lesen können, die sie interpretieren können. Aber sie geht sogar noch einen Schritt weiter, an dem sie sagt, wir müssen also Computer, wir müssen Computer entwickeln, die Emotionen haben, was auch immer das heißen soll. In dieser Zeit ist eben das Effective Computing entstanden und Effective Computing befasst sich eben mit der Erforschung und Entwicklung von Systemen und Geräten, die eben das menschliche Gefühlsleben und auch den Ausdruck insbesondere erkennen, interpretieren, verarbeiten und simulieren können. Es ist ein interdisziplinärer Ansatz aus eben Psychologie, Neurowissenschaften, Informatik, Verhaltensforschung. Emotional AI ist gewissermaßen eine Subdisziplin, nämlich bezieht sich das auf Technologien, die Machine Learning und Deep Learning benutzen, um eben Emotionen zu erfassen. Man unterscheidet da auch noch zwischen Sentiment Analysis und Emotion Analysis. Sentiment, das haben wir eben gehört, das bezieht sich eher eben auf so etwas vielleicht Vageres wie ein Gefühl, so zum Beispiel auch Müdigkeit, sich müde fühlen, während Emotionsanalyse sehr viel weiter geht, weil sie auch den Anspruch erhebt, eben zu sehen, auf was richtet sich die Emotion, mit welchen Werten geht sie möglicherweise einher und mit welchen Motiven auch Handlungsmotivation. Wie funktioniert das nun? Man braucht natürlich bestimmte Daten und grundsätzlich steht dazu sehr viel zur Verfügung. Das ist einerseits natürlich Sprache, das heißt geschriebene Sprache oder Text, also auch gesprochene Sprache, die in Text umgewandelt wird, also Natural Language Processing. Andererseits arbeitet man mit Bilddaten, also mit Bildern und Videos. Es gibt das Iris Movement und Eye Gaze Tracking, das heißt die Augen- und Pupillenbewegung wird beobachtet und vielleicht kennt man das auf solchen Bildern, vielleicht hat man das mal gesehen, die Art und Weise, wie wir bestimmte Gemälde betrachten, also vielleicht das Gesicht der Mona Lisa einfach betrachten, da gibt es so bestimmte Muster, die sich abzeichnen und die vielleicht sehr häufig vorkommen. Eine andere Möglichkeit ist vor allem das Facial Effect Detection. Das basiert auf dem Modell der Basis-Emotionen von Paul Ekman, der davon ausgeht, dass es universelle Basis-Emotionen gibt. Er hat damit begonnen, solche so zu klassifizieren mit sechs sehr grundlegenden, das sind Freude, Traurigkeit, Überraschung, Angst und Ekel, auch Wut. Und vielleicht hat man das schon mal gesehen, manchmal sieht man dann solche Smileys, mit denen dann gewissermaßen ein bestimmter Gesichtsausdruck, eine bestimmte Mimik zugeordnet wird. Es gibt natürlich von diesem System, also das Facial Acting Coding System, auch Erweiterungen. Eine andere Technik ist auch das Gesture Recognition, also Bewegung. Daneben gibt es natürlich auch die Sprach- und Stimmanalyse. Das heißt, man hat zeitliche Parameter wie Sprechtempo oder Pausen, man hat eine frequenzbasierte Analyse, Intonation und Stimmparameter auch, also zum Beispiel die Lautheit der Stimme oder die Behauchtheit. Und schließlich physiologische Parameter, also Hautreaktion, Hauttemperatur, Muskelaktivität, Atmung, Gehirnaktivität und so weiter. Ich habe hier auch mal ein Paper reinkopiert, das mir aufgefallen ist, weil es physiologische Parameter aus der Distanz messen kann, Radiowellen. Schließlich auch noch Kontextdaten, also die gewissermaßen die Reaktion auf bestimmte Inhalte bestimmen, zum Beispiel verschiedene Klickmuster. Nur in Bezug zur Gesichtserkennung ganz kurz. Dazu möchte ich eigentlich nicht näher eingehen, weil es dazu ja auch eine Präsentation heute noch gibt und auch mit verschiedenen Aktionen oder auch Regulierungsvorschlägen dazu, zur Gesichtserkennung. Ich möchte nur hinweisen darauf, es gibt hier, also es wird schon sehr lange diskutiert, auch in der Forschung. Das ist unter anderem die Literaturwissenschaftlerin Sigrid Weigel, die sich damit beschäftigt hat und die zum Beispiel im Hygienemuseum in Dresden auch mal eine Ausstellung gemacht hat zu Gesichtern, der sich auch mit Gesichtsanalyse, Gesichtserkennung beschäftigt hat. Und sie wirkt auch mit in dem Dokumentarfilm von Gerd Konrad, Face it, der anlässlich eben dieses Projektes der Gesichtsüberwachung, Erkennung entstanden ist, das in Berlin am Bahnhof Südkreuz durchgeführt worden ist. Ich glaube eigentlich, dass die Gesichtserkennung wahrscheinlich oder auch insbesondere die großen Einsatz, sagen wir Massenüberwachung oder biometrische Überwachung, dass der sicher auch reguliert werden wird. Was ich beobachte, ist, dass es eine Verlagerung gibt, praktisch von solchen Techniken auf andere, die möglicherweise weniger sichtbar sind. Beispielsweise die Textanalyse. Das heißt, dort wird so vorgegangen, dass Texte klassifiziert werden. Das ist also einfach ein Textklassifizierungsverfahren mit Machine Learning. Und man kann dort Emotionsbezeichnungen anhand von vordefinierten Labels verwenden unter Anwendung von psychologischen Theorien, also unter anderem von Eckmann. Aber es gibt auch eine Reihe weiterer. Es gibt auch mittlerweile Forschungsprojekte, die eine solche Bestimmung vornehmen, ohne dass es in den Texten Emotionswörter tatsächlich gibt. Das heißt, es wird so eine Zuordnung, Klassifizierung schon vorgenommen, ohne dass es tatsächlich dort solche Begriffe drin gibt und auch ohne Labels. Wo kommen diese Techniken zur Anwendung? Natürlich beispielsweise bei Chatbots. In sozialen Medien können sie zur Anwendung kommen. Online-Shopping, Marketing, bei Callcentern, möglicherweise auch in Geschäften. und auch im Gesundheitswesen natürlich zum Beispiel für Apps oder Wearables, um bestimmte Biomarker beispielsweise zu bestimmen, die auf Krankheiten oder Erkrankungen hinweisen können. Sie können auch im Verkehr eingesetzt werden, beispielsweise um festzustellen, ob etwa ein Fahrer müde ist. Das wäre also etwas eher wie eine Aufmerksamkeitsanalyse. Worauf ich aber hinweisen möchte, ist, dass es einen großen Unterschied macht, ob beispielsweise erkannt werden soll, ob eine Person jetzt eben aufmerksam ist oder nicht aufmerksam ist, oder ob erkannt werden soll, worauf sich denn möglicherweise eine Emotion bezieht. Also worauf ist die Person aufmerksam? Also es ist wieder diese Emotionsanalyse, die sehr viel tiefgreifender ist, weil sie eigentlich auch so daran interessiert ist, solche Handlungsmotivationen herauszufinden. Also worauf richtet sich meine Abmerksamkeit? Welche Werte gehen damit einher? Mit diesen Techniken entstehen eine ganze Reihe von Fragen und Problemen. Das eine ist natürlich gerade etwa, dass man sich grundsätzlich fragen muss, sind solche Techniken überhaupt wünschbar? Was wäre der Nutzen oder auch Benefizienz, also das Gute, was mit diesen Techniken einhergeht? Für den Menschen, also für das Individuum, aber auch für die Gesellschaft. Es gibt Fragen in Bezug auf die Privatheit von Emotionen. Die sind etwas sehr Privates, sehr Intimes. Und insofern ist auch eine Emotionsanalyse natürlich auch etwas, eine sehr invasive Technik, die ja praktisch gewissermaßen unter die Haut geht, indem sie eben nicht nur das erfasst, was sichtbar ist, also die Mimik, sondern sie ja im Prinzip auch deuten, interpretieren möchte. Es gibt Probleme in Bezug auf die Wahrnehmbarkeit von Emotionsanalyse. Also ist sie überhaupt im Einsatz, insbesondere wenn wir uns vorgegenwärtigen, dass es Techniken gibt, die kombiniert werden können. Also sagen wir eine Stimmanalyse, also im Callcenter gesprochene Sprache. Das heißt, wir haben einerseits den Text, wir haben bestimmte Parameter, also Prosodie zum Beispiel der gesprochenen Sprache. Und wir haben auch noch so etwas wie ein Stimmbild, aus dem wir bestimmte Schlüsse ziehen können. Und auch diese Parameter können kombiniert werden. Und natürlich ganz große Fragen in Bezug auf den Datenschutz. Dann ist die Frage der Überprüfbarkeit der Repräsentation. Das hängt auch zusammen damit, welches Verständnis man von Emotionen überhaupt hat, ob man überhaupt glaubt, dass diese repräsentiert werden können. Das wäre so ein kognitivistischer Ansatz. Und ob sie überhaupt adäquat gewissermaßen das repräsentieren, was eine Person damit verbindet. Und schließlich noch die Frage von Verzerrungen, von Bias, die generell bei solchen Verfahren von Machine Learning auftreten können. Der Ansatz von Effective Computing und Emotional AI betrifft wesentlich auch die Differenzierungsfähigkeit zwischen Mensch und Maschine, weil man ja gerade Maschinen emotionskompetent machen möchte, ausstatten möchte. Und insofern auch die Manipulierbarkeit von Personen. Und hier vor allem vulnerable Personen, also Kinder und Jugendliche zu etwa. Und schließlich auch ein generelles Problem von ADM, die Skalierbarkeit. Also was passiert, wenn solche Systeme in einem größeren Einsatz sind und dann potenziell mehrere Nutzer betreffen können. Daraus ergeben sich dann auch noch eine Reihe weiterer Fragen. Also diese Fragen werden schon länger diskutiert. Und ich habe auch am Ende des Dokuments so einen Hinweis auf eine solche Richtlinie oder einen Vorschlag. Und es gibt tatsächlich auch mehrere Vorschläge momentan, die sich mit der Regulierung etwa von Emotional AI beschäftigen. Weitere Fragen betreffen auch diese Frage, mit welchem grundsätzlichen Verständnis Effective Computing und Emotional AI sich auftritt. Denn was wir hier haben, ist sowas wie eine Entkörperlichung von Emotionen. Und wenn wir uns wieder vergegenwärtigen, dass für Emotionen vielleicht auch solche Resonanzbeziehungen einfach sehr wichtig sind mit der Umwelt, dass sie aber auch eigentlich voraussetzen, dass es sowas gibt wie ein körperlich-psychisches System, sage ich mal, also ein Leib, dann ist es schwierig, wenn das Gegenüber eben praktisch nur ein Computer ist und der natürlich auf bestimmten Datenbasis trainiert worden ist. Das heißt, wir haben natürlich dann eben kein Individuum, das reagiert, sondern wir haben eine generische Form, die aus bestimmten Datensätzen eine Antwort erzeugt auf meine Anfrage. Wir haben das Problem, dass es mit diesen Techniken ein Anspruch auf Eindeutigkeit einhergeht und auch ein Anspruch auf Authentizität und Normierung von Expressivität, von Ausdruck. Und ich erkläre das ganz kurz. Es gibt solche Systeme, die sind im Einsatz für Bewerbungsverfahren. Und da wird eben zum Beispiel, das kann dann mit Kamera sein, es kann aber auch nur auf Textgrundlage sein. Und es wird dann erwartet, dass eben der Bewerber vor der Kamera eben sich in einer bestimmten Art und Weise präsentiert. Jetzt geht man davon aus, dass der Bewerber das eben nicht nur einfach vorspielt, sondern man möchte eigentlich, dass der so ist oder die Person so ist. Und eben dieser Anspruch auf Authentizität. Und schließlich auch eine gewisse Annahme darüber, dass Emotionen kontrollierbar sind oder sein sollen. Und das ist sehr fraglich. Und hiermit gehen auch bestimmte Verbindungen zu inwiefern, also wie man Emotionen bewertet. Und wenn beispielsweise Emotionen in einer bestimmten Weise bewertet werden, werden auch Rückschlüsse wiederum auf die Person gezogen. Auch die sind problematisch. Schließlich sind solche Techniken auch, kann man eigentlich auch als Form von Biomacht oder Biopolitik begreifen. Und möchte ich noch als zum Schluss darauf hinweisen, dass Emotionen ja auch etwas mit Personen zu tun haben und auch mit Erinnerungen, der Art und Weise, wie wir Dinge erinnern. Und auch da wieder eine kollektive Dimension hat, eben für das kulturelle Gedächtnis, in dem Historiker tatsächlich ja auch Erinnerungsarbeit betreiben. Und wir sehen auch Praktiken, die vielleicht biopolitisch insofern eingreifen, indem sie bestimmte Formen der Erinnerung ja auch verbieten. Das heißt, wenn etwa eine Menschenrechtsorganisation eben verboten wird, weil sie mit ihren Praktiken an etwas erinnern möchte, dann haben wir eben hier auch es damit zu tun, dass Emotionen oder auch bestimmte Praktiken reguliert werden sollen. Deswegen möchte ich mit einem Zitat von Alexander Kluger, also dem Autor und Dokumentarfilmer oder Filmemacher, enden. Etwas anderes als unsere komplizierten Geflüle haben wir nicht. Im Ergebnis sind sie vertrauenswürdig. Und das heißt, wir sollten darauf achten, dass wir dieses Vertrauen nicht korrumpieren. Vielen Dank für diesen spannenden Vortrag. Ich muss sagen, ich habe gerade sehr viele Infos erhalten. Ich grüße mich selber noch. Vielleicht gibt es auch schon im Chat einige Fragen, und wer jetzt noch Fragen hat, soll ich mich bestellen. Ich habe ganz spontan noch eine Frage, also irgendwie eine Idee, wie wir das reagieren könnten. Ich möchte vielleicht erst mal noch gar nicht so sehr von Regulation reden, sondern auch hier aufrufen, vielleicht sich auch in der Arbeitsgruppe eben bei der DGGS erst mal mit diesem Thema zu befassen, weil das ja sehr komplex ist. Und es gibt aber, das ist mir aufgefallen, auch bei verschiedenen Unternehmen tatsächlich Arbeitsgruppen, die auch zum Beispiel sich aus ethischen Gründen eben mit solchen Techniken befassten. Das heißt, wie jetzt konkret ein Regulierungsvorschlag aussehen könnte, das scheint mir sehr schwierig, weil es so viele verschiedene Techniken gibt. Aber ich glaube, es wäre wichtig, auf sehr breiter Basis, also mit Informatikern, mit Informatikern, vielleicht mit Philosophen, mit Kulturwissenschaftlern, in so einen Austausch zu treten und sich tatsächlich genau auch zu sagen, wie müsste man das überhaupt erforschen. Und ich glaube, bei vielen dieser Techniken wäre es auch wichtig, vielleicht so etwas wie ein Moratorium zu haben. Also erst mal zu sagen, bevor die eingesetzt werden, müssen wir vielleicht doch noch erst mal genauer darüber nachdenken oder uns austauschen darüber, ob die sinnvoll sind. Das Audio hat vorhin bei mir nicht funktioniert, deshalb nochmals die Aufforderung, bitte stellt eure Fragen im Chat. Wir sind schon inmitten der Q&A-Session und ich habe eine Rückmeldung aus dem Chat. Ich lese das gleich mal vor. Ich dachte, die Arbeit von Eckmann sei insbesondere im Zusammenhang mit KI heute sehr umstritten. Oder hat die Person das falsch im Kopf? Kannst du dazu etwas ergänzen? Das ist richtig, das ist sehr umstritten. Also deswegen habe ich ja darauf hingewiesen, also etwa diese Sigrid Weigl, die sich eben sehr damit befasst hat. Also sie hat mehrere, es gibt auch, wenn man das googelt, da findet man ein Paper von ihr. Und das ist sehr umstritten, weil das natürlich erstens ein kognitivistischer Ansatz ist, also einer, der davon ausgeht, dass sich Emotionen eben konkret repräsentieren lassen, weil es dann auch noch davon ausgeht, dass es sowas wie universelle Emotionen geben soll und dass die hier ja auch also sehr reduziert werden. Trotzdem werden die schon noch, sie werden schon noch verwendet und sie werden ja auch mit anderen Theorien ergänzt. Es hat noch einen Augenblick Zeit für Fragen. Ihr dürft diese gerne noch stellen im Chat und sonst möchte ich gleich auch noch darauf hinweisen, dass Tanja Klanker dann auch im Aftertalk-Room sein wird. Wer also dieses Thema noch weiter mit ihr diskutieren möchte, kann dann gerne auch im Aftertalk-Raum mit ihr das direkt besprechen. Tanja, vielleicht kannst du uns noch erzählen, was gibt es da schon konkretere Pläne für diese Arbeitsgruppe? Gibt es eine Möglichkeit, dort mitzumachen? Vielleicht haben wir hier jetzt die Gelegenheit, Leute zu rekrutieren für eine Arbeitsgruppe, für die digitale Gesellschaft? Also ich bin ja Mitglied von der ADM-Gruppe und von der Gesichtserkennungsgruppe, Fachgruppe. Und eine Möglichkeit wäre tatsächlich, das innerhalb von diesen beiden Fachgruppen zu behandeln. Das heißt, wer Interesse hätte, könnte sich da auch einfach erst mal dort melden. Das ist sicher eine Möglichkeit. Und ich glaube, wir könnten dann auch schauen, ob wir praktisch wie so eine andere Gruppe dann bilden oder ob wir das innerhalb dem Bestehenden da weit fortführen. Ja. Untertitelung. BR 2018